Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge World of Warcraft Legion mit eurem Uli Nato. Und wir sind jetzt hier in Dalaran, wo wir am Anfang der letzten Folge waren. Und in der letzten Folge haben wir uns ja ein wenig durchgeweibt durch das Auge Asharas. Aber da musste ich ja den Questgegenstand holen, den ich jetzt hier abgeben muss. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie mich mein Weg hier weiterführt. Wie gesagt, wir sind jetzt in Dalaran. Ich habe euch ja gezeigt, dass wir hier jede Menge Quests annehmen und auch abgeben können. Und hier haben wir zum Beispiel Golganitzki-Zeitenstein. Den haben wir eben aus der Instanz, das Auge Asharas. Und den geben wir gleich ab bei Erzmagier Katka. Aber wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir erstmal alle Quests an, die wir hier annehmen können. Zum Beispiel von dem hier. Während der Rabe euch tief in die Augen blickt, ertönt eine vertraute Stimme in eurem Geist. Champion, ich benötige eure Hilfe. Es ist jetzt offensichtlich, was Helia vorhat. Die kennen wir ja auch. Bereitet euch vor und kommt dann zu mir. Findet Harvey in Waldistal. Okay, wir müssen zurück nach Waldistal. Diese Quest führt uns nach Waldistal. Alles klar. Sehr schön. Waldistal kennen wir ja noch. Das ist ja gewesen in... Moment. Wenn ich mich richtig erinnere, war das in Sturmheim. Genau. Da werden wir jetzt aber nicht hingehen. Denn das allererste, was wir machen, ist natürlich die Quest... Ist hier noch eine Quest? Sieht das so aus, als wenn hier eine Quest ist? Nein. Wir werden natürlich erstmal zu Erzmagier Katka gehen und schön die Handlungsquest weitermachen. Aber hier scheint noch eine Quest zu sein. Da hinten steht noch jemand... Genau, hier steht noch jemand. Erzmagier Timmier will mir auch noch eine Quest geben. Ein verschleierter Pfad durch die Zeit. Der verschleierte Stern lässt sein Flackern durch die flüsternen Wogen der gespenstischen Nebel gleiten. Mensch, wer diese Texte schreibt. Wie ein düsterer Schleier legt sich das Schauspiel über die Geheimnisse und Gefahren des Landes und eröffnet neue Pfade zu Fernorten, gar Zeiten, bis sein Lichtspiel still entschwindet. Kein Weiser kann die Natur dieses Ohms wahrhaft begreifen. Doch das Glück ist bekanntlich mit den Mutigen. Schließt fünf Zeitwanderungsdangels ab. Ich vermute, das ist eine Geschichte, die was mit einem Patch zu tun hat. Das machen wir auf jeden Fall auch. Da bekommen wir coole, geile Loots. Wir müssen fünf Dungents abschließen, damit wir das machen können. Und jetzt ist hier noch eine Quest. Nein, die nächsten Questen sind da hinten im Handwerksgebiet. Und hier müssen wir Teleport in der Mitte von da ran. Und Kartgasentdeckung haben wir auch noch. Aber bevor wir in den Teleporter reinreiten, nehmen wir noch die anderen Quests ab. Und dann mal schauen. Wir müssen den Teleport benutzen. Um Golganitz-Gezeitenstein meine ich. Quest beenden. Hä? Bluthändlerin. Aha, okay. Ich wusste gar nicht, dass ich da jene Quest... Okay. Kamill Kleister. Auch ein cooler Name. Ihr bekommt Blut von Sargeras. Das habe ich, glaube ich, neulich verkauft. Ihr, der Abenteurer, packt hier mit an. Der Wagen hat Feuer gefangen. Nutzt Kamill Kleister das Wassereimer, um das Feuer zu löschen. Mhm. Okay. Dann löschen wir erstmal ein wenig Feuer. Ah, die stellt zum Glück immer ein neues Wasser dahin. Da habe ich vorbei geworfen. Äh, 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 äh. So, peng. Sieben von acht einmal Feuer löschen ist nochmal angesagt. Eigentlich wollte ich ja zu Khadgar gehen. So. Was zur Hölle geht heute eigentlich vor? Hä? Müssen wir hier jetzt noch mehr Feuer löschen? Ach Gott. Okay. 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 Hoffentlich geht das jetzt nicht die ganze Folge lang so. Denn eigentlich wollte ich ja mit der Story weitermachen. Hier jetzt irgendwelche Wassereimer. Ich weiß nicht, weil ich ja, äh, relativ spät dran bin. Ich weiß nicht, ob das irgend so ein süßer, kleiner, ähm, Bonuszeug gedöhnt ist. So, Mädchen. Jetzt hoffe ich, dass du es mir verzeihst. So, Aufgabe abgeschlossen. Sehr schön. Ich kann die Quest hier abgeben. Sehr schön. Das war unerwartet. Teufelsflamme. Ich würde sagen, das verlangt nach einer näheren Untersuchung. Wir kommen wieder. Blut von Sageras. Das habe ich ja eben verkauft, gell? Vielleicht hätte ich das gar nicht verkaufen sollen. Geheimnisvoller Staub. Beinahe der gesamte, die Gesamt, der gesamte Wageninhalt wurde vom Feuer zerstört. Nur ein kleiner Haufen Staub ist übrig geblieben. Dieser Wagen gehörte Händler Kaelen. Vielleicht weiß er mehr darüber, was passiert ist, was den Staub betrifft. Vielleicht können die Inschriftenkunde oder Alchemie ihrer Mehrklarheit bringen. Sprechen mit Händler Kaelen, Professor Palin und Degius Valdera über den geheimnisvollen Staub. Okay, die Typen, äh, die stehen zum Glück hier in der Nähe. Schön euch zu sehen. Das war wirklich ein ganz feiner Wagen. Kaelen wischt sich eine Träne in seinen Bart. Wisst ihr, warum euer Wagen in Teufelsflammen aufgegangen ist? Ich schwöre, ich weiß nichts über irgendwelche Dämonenflammen. Ich habe nur mit Rüstung gehandelt. Das ist alles. Warum sollte ich euch glauben? Ich bin nur ein ehrlicher Händler. Ich will nur alle im Auktionshaus erhältlichen Waren aufkaufen und sie dann zu einem viel höheren Preis an die Leute zurückverkaufen, damit ich meine 10 Millionen Gold verdiene und in Frieden heimgehen kann. Ist das zu viel verlangt? Euresgleichen kenne ich, miese Auktionshaus-Spekulanten. Die finde ich wirklich, ich bin nie einer von denen gewesen, möchte ich nur mal kurz betonen. Nein, ich bin einer von den Guten. Ich habe einmal für wohltätige Zwecke gespendet und ich mache so gut wie keinen Dreck und ich unterbiete niemals nie nicht. Gibt es noch andere Augenzeugen für das, was geschehen ist? Klar, mein Maultier war dort. Euer Maultier, das soll wohl ein Witz sein. Ich weiß nicht, warum ihr so versessen darauf seid, mich zu befragen. Ich habe gerade meinen Wagen und all meine Besitztümer verloren. Ich möchte euch ja glauben, aber ihr macht es mir nicht leicht. Moment mal, erpresst ihr mich etwa? Ja, ich erpresse euch? Oh Gott, ist das wohl richtig? Aber ich habe jedes letzte Kupferstück, das ich besaß, für den Wagen voller Ausrüstung ausgegeben. Das ist mein Ernst. Ich habe kein Geld, das ich euch geben könnte. Eure ganze Geschichte passt hinten und vorne nicht, Kaelin. Moment mal, hier seht, Kaelin holt einen Stapel Quittungen aus seinen Taschen. Seht, alles, was ich gekauft habe, wurde ganz legal von angesehenen Waffenhändlern in Dalaran erworben. Die sehen wie gefälschte Quittungen aus. Oh Mann, wie lange geht denn das hier noch? Gefälschte Quittungen im Ernst? Lasst mich das laut aussprechen, denn ich möchte das gerne richtig verstehen. Ihr wollt damit sagen, dass ich einen Haufen dämonisches Zeugs nach Dalaran gebracht habe, es in Brand gesetzt habe, während des Feuers herumgelungert und dann einen Stapel gefälschter Quittungen vorbereitet habe. Falls irgendjemand mir Fragen stellt, habe ich soweit recht, das stimmt? Ist das eure Geschichte? Ja, genau das will ich damit sagen. Gott sei Dank. Ich habe die letzten elf Jahre in dichten Gedränge eines schwülen, stinkigen Auktionshauses verbracht und versucht etwas Silber in einer Kiste Lederhüte zu verdienen. Mit einer Kiste. Ich bin kein dämonenverseuchter Abenteurer. Ich habe noch nie einen Dämon gesehen. Zur Hölle. Ich kann mit der Hälfte des Zeugs, das ich verkaufe, nicht einmal umgehen. Kehn blickt euch durch Tränen des Kummers hindurch an. Nach allen äußeren Anzeichen zu urteilen, sagt er, die Wahrheit ist ja gut. Ich glaube euch. Danke. Also was wisst ihr über dieses Pulver? Gott sei Dank. Oh Gott. Hey, hoffentlich ist der ganze andere Käse nicht auch noch so auffällig. Wen muss ich denn jetzt hier anlabern? Eigentlich will ich ja zum Erz, Magier Katka, oder? Mann, wo ist denn jetzt der Nächste? Aha. Deus Valdera, Alchemielehrer. Oh Gott, das wird auch wieder... Was guter Machen kann ich heute tun, um euch behilflich zu sein. Was könnt ihr mir über dieses Pulver sagen? Lasst mal sehen. Es riecht wie Dämonenfeuer. Ja, es hat die Farbe von dämonischer Verderbnis. Und es ist in meinem Laden aufgetaucht, kurz nachdem Schreie und Explosionen in den Straßen von Dalaran heimsuchten. Versucht ihr mich umzubringen, Jäger? Ich versuche nicht, euch umzubringen. Lasst es mich anders formulieren. Hat dieser Staub irgendetwas mit der qualmenden Leiche zu tun, die immer noch auf der Schwelle meines Ladens liegt? Ja. Okay, das ging zum Glück ein wenig schneller. Okay. Was kann ich hier eigentlich machen? Nix. Okay, und der Nächste, der hier noch wartet? Ist der hier? Wo ist denn der Nächste, der jetzt hier noch wartet? Sprechen mit Professor Palli. Ah, da ist er wunderbar. Ein Innschriftenkundelehrer. Willkommen im Satzhellum der Schreiber. Erzählt mir mehr über die Innschriftenkunde. Nein, will ich nicht. Krag. So, kann ich euch ein paar Fragen über dieses Pulver stellen? Pulver ist eigentlich nicht so mein Ding, Kleiner. Ich bin mehr so ein Tinte- und Schriftrollentyp. Gehen wir das Ganze mit logischem Denken an dieses Pulver? Ist es Tinte? Nein. Ist es eine Schriftrolle? Nein. Vergeudet ihr meine Zeit? Auf Wiedersehen, Professor. Okay, wunderbar. Das ging zum Glück auch schnell. Und jetzt können wir gleich zum Erzmagier latschen und... Oder zumindest den Teleport bedienen. Wo gebe ich denn jetzt hier den Käse ab? Teil um Teil. Da ist auch noch eine Quest. Oh, Mann. Archäologie-Lehrer. Willkommen bei Fragmente der Vergangenheit. Habt ihr Interesse daran, mehr über die Archäologie zu erfahren? Nein, habe ich nicht. Lebt mal. Nein, habe ich nicht. Will ich nicht. Habe ich nicht. Brauche ich nicht. Okay, nächster. Geheimnisvoller Staub. Jetzt geben wir erstmal die Quest ab. Ich frage mich, wo ich da hin muss. Hier ist ja die mit den dicken Möpsen. Die könnt ihr ja sehen, richtig in der Folge, wo ich euch Dalaran zeige. Ah, sehr schön. Verzauberkunstlehrer. Hallo. Wie kann ich euch helfen? Geheimnisvoller Staub. Dieses Puder. Ich glaube zu wissen, was das ist. Ich hatte seine Existenz in der Theorie vorausgesagt. Aber, hey Vanessa, komm mal her und schaut euch das an. Die Quest beenden. Wilde Verzauberung. Eine neue Quest. Ich will doch eigentlich nur Quests beenden. Teufelsfeuerprobe. Die Substanz, die ihr da habt, ist etwas, was sich Obliterum nennt. Wir hatten ihre Existenz theoretisch beschrieben, aber bis jetzt waren wir nicht in der Lage, etwas davon zu erzeugen. Ihr sagt, das stammt aus einem Brand. Aber natürlich Erhitzung. Warum bin ich nicht früher darauf gekommen? Wir müssen aber zunächst die Ergebnisse reproduzieren, bevor wir weitere Schritte einleiten. Ich weiß, es ist eine große Bitte, aber ihr müsst mir zunächst einige hochwertige Rüstungsteile verschiedener Arten bringen. Beschafft Ihnen je einen Satz machtgedrängter, seiengewebter Armschienen. Schreckenslederbindung, Gravurschuppenarmbindung und Dämonenstahlarmschild. So, ja, ist ja prima. Alles klar, neue Quest. Oh Gott, da hinten ist ja noch eine Quest. Was wollen die eigentlich von mir? Ach nee, das ist Teil um Teil, das mache ich nicht. Alles klar. Gut, sehr schön. Das Auge Ascharas. So, jetzt teleportieren wir uns erstmal in die Mitte von Dalaran. Freunde, wir machen jetzt endlich mal da weiter, wo ich eigentlich, was ich eigentlich machen wollte. Peng. Teleport in der Mitte von Dalaran benutzt. Weil das ist so, hier, das wird immer mehr. Okay, und hier kann ich wieder das fette Relikt hinstellen. Erzmagier Katka hat hier einen Platz für Golganets Gezeitenstein und den Rest der Säulen der Schöpfung reserviert. Ihr bekommt, oh wie geil, Taillenschutz der Haischuppen. So muss es sein. Ah, ist das geil. Sehr schön. Ich habe den Gezeitenstein seit Ewigkeiten nicht mehr intakt gesehen. Doch da ist er. Ich und mein Volk stehen tief in eurer Schuld. Wir werden sie euch nie vergelten können. Bitte kehrt so bald wie möglich nach Asuna zurück. Es gibt noch viel zu tun. Sehr schön. Und eine neue Quest. Überreste durchwühlen. Die nehmen wir natürlich auch an. Als ihr euch in der Kammer umseht, merkt ihr, dass ihr auf dem besten Wege seid, alle Säulen der Schöpfung an euch zu bringen. Aber eure Arbeit noch längst nicht getan ist. Euer Orden hat die Inseln weiter nach allem durchkämmt, das hilfreich sein könnte. Es wäre das Beste, wenn ihr euch dort noch einmal erkundigt, bevor ihr wieder abreist. Wählt euren nächsten Angriffspunkt auf den verheerten Inseln auf der Schlachtkarte in eurer Ordenshalle aus. Aha, wir können weiterleveln, Freunde. Wir können weiterleveln. Darüber freuen wir uns. Das ist das, was wir wollen. Glaube ich. Ich würde aber auch wirklich gern mal nach Suramar gehen. Aber jetzt porten wir uns hier erstmal wieder raus. Weil ich bin relativ geil drauf, ins Endgame-Gebiet zu kommen, muss ich euch jetzt mal ganz ehrlich sagen. So, wir haben einen neuen Gürtel. Der ist besser als meiner. 1200 HP. Geile, 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 geile Geschichte. Das heißt, bevor wir das machen, machen wir erstmal nochmal diesen hier. Genau, Gürtel, Peng. 20 Tacken will er dafür haben. 1200 HP, Freunde. Gar nicht so übel. Ich hoffe, das ist nicht zu konfus für euch, was ich hier gerade mache. Es ist schön, dass ich helfen konnte. Aber es geht mir gerade auch selber ein wenig arg hin und her. So, jetzt gehen wir dahin, wo wir ganz, wo wir am Anfang der letzten Folge ja schon hinwollten. Nämlich zu Erzmagier Katka. Und geben das Ding hier ab. Es ist gut, euch zu sehen. Hier kann ich eine Quest annehmen und ich kann eine abgeben. Das mache ich erstmal. Danke, dass ihr gekommen seid, Sentai. Es ist gut, euch zu sehen. Magische Mitteilungen. Die letzten... Oh, geil. Surama. Die letzten 10.000 Jahre lang war die Elfenstadt Surama durch eine Arkan-Barriere abgeriegelt, wie einst auch Dalaran. Diese Barriere hat sich aufgelöst. Seither gehen Wellen magischer Energie von der Stadt aus. Wie von einem Stein, der in einen Teich fällt. In diesen Wellen habe ich ein Muster wahrgenommen. Ein verschlüsselter Zauber, der sich in Chaos verbirgt. Ich habe den Zauber hier kopiert. Es ist nicht gefährlich, aber darüber hinaus habe ich keine Ahnung, wozu er dient. Es wird untersucht, die Arkan-Anomalie in Dalaran annehmen. Und die nehmen wir natürlich auch noch an. Edikt des Gottkönigs. Unsere Späher berichten von beunruhigenden Vorgängen in Sturmheim. Gottkönig Skowald hat neue Befehle von Gul'dan erhalten und seine Truppen haben in der Folge die Anzahl ihrer Angriffe erhöht. Wir müssen herausfinden, was genau in Gul'dans Nachricht stand, Sentai. Trotz der neuen Befehle ist Gottkönig Skowald immer noch davon besessen, die Gunst des Titanenhüters Odin zu erlangen. Stellt Skowald in den Hallen der Tapferkeit, um in Erfahrung zu bringen, was seine Legionsmeister von ihm verlangen. Bezwingt Gottkönig Skowald in den Hallen der Tapferkeit auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch. Ohne euch. Ja klar. Ganz sicher. Ganz sicher. Eine Quest, die ich mit Sicherheit ausblenden kann, Freunde. So, jetzt muss ich die Scheiße hier untersuchen. Hey, im Schwierigkeitsgrad mythisch. So weit kommt's noch. Ich bin Talysra von den Shaldorei, den Nachtgeborenen. Erste Arkanistin am Hof von Suramar. Mein Volk hat einen schrecklichen Pakt geschlossen. Einen, der diese Welt in die Verdammnis stürzen wird. Die Zeit ist knapp. Wenn ihr diese Nachricht gefunden habt, seid ihr auch in der Lage, mich zu finden. Eilt nach Suramar. Ihr könntet unsere letzte Hoffnung sein. Ignala Kanesh. Genau. Wiedersehen. Ähm, eilt nach Suramar. Das hört sich genau so an wie das, was ich tun möchte. Denn, ähm, hier, das Ding da auf mythisch. Da kann ich, glaube ich, noch ein paar Wochen hier üben. Eine Art magische Flaschenpost unter den Augen der Legion hindurchgeschmuggelt. Clever. Wir bekommen ganze vier Gold. Das finde ich cool. Ey, heute kriege ich ein fransiges Maul vom Quest-Text zu lesen. Ernsthaft. Die Spur der Echos. Die Nachtgeborenen könnten sich noch als mächtige Verbündete gegen die Legion erweisen. Wir müssen dieser Talisra helfen, so gut es geht. Wir können sie finden, indem wir ihre magischen Echos zurückverfolgen. Genauso, wie ich auch ihren Hilferuf gefunden habe. Ich kann euch in die Nähe der Stelle teleportieren, an der sie die Nachricht aufgezeichnet hat. Von dort aus müsst ihr nach Wellen im Gefüge des Arkanen selbst suchen. Mit meinem Zauberstab sollte das gehen. Folgt dessen Funken. Sie sollten euch dorthin geleiten, wo Talisra ihre Magie genutzt hat. Verwendet Khadgars Zauberstab, um Arkan-Echos aufzuspüren und die erste Arkanistin Talisra zu finden. Geht wohl. Wir werden uns wiedersehen. Ab 8, Champion. Das Land Suramar ist schon seit 10.000 Jahren verwildert. Oh, geil. Komme ich hier nach Suramar? Portal nach Suramar. Hey, Freunde, ich glaube, aber ich habe hier so viele, ich habe hier unglaublich viele Quests, wirklich. Aber wir machen das hier, ja, wir machen das. Nächster Angriffspunkt, das ist was anderes. Da können wir weiter leveln. Teil um Teil machen wir nicht, das Archäologie. Ich mache ja jetzt nicht Archäologie, wenn ich nach Suramar kann. Ich bin ja nicht bescheuert. Okay. Alles klar. Haben wir denn irgendwas, was wir verhökern können? Nein, wir haben nur das, was ich hier verkauft habe. Ich muss mal gucken, ob ich das andere Arkan-Gedöns zurückkaufen kann. Und dann klicken wir auf das Portal nach Suramar, Freunde. Und dann hoffe ich, dass wir in der nächsten Folge ein wenig mehr von Suramar sehen können. Ah, potenzielle Kundschaft. Gut von Sageras. Schau, das kann ich zurückkaufen. Also kaufe mir das zurück. Denn ich habe das Gefühl, ich muss das sammeln. Und das sammle ich auch. Dann tue ich das mal hier hin und das tue ich da hin. Oder? Nein. Ich tue das da hin. Und das tue ich da hin. So, denn diese Dinger muss man höchstwahrscheinlich sammeln. So wie es aussieht. So, hinein in die gute Stube mit dem fetten Untier. Und dann klicken wir hier drauf. Und dann, wie es aussieht, liebe Freunde, sind wir in der nächsten Folge in Suramar. Und dann geht es weiter in Suramar. Wahrscheinlich. Wir haben aber noch jede andere Menge an Quests, die wir machen können. Denn wir müssen ja, nur damit ihr es mal seht, wir müssen ja hier einen freundlichen Ruf in Arjuna, hier in Valshara erreichen. Dann müssen wir, erlangt ein freundlicher Ruf bei Nah in Suramar. Das heißt, wir werden hier noch gut durchgequestet. Oder wir werden noch, wir haben hier noch einiges zu tun. Ich sabbele hier jetzt gerade. Wir müssen hier waren wir, da waren wir, da waren wir. In Arjuna geht es noch weiter und nach Valshara müssen wir auch. Also wir können hier noch richtig weiterquesten. Aber wir, und wir werden das auch machen, das habe ich mich gerade entschieden. Wir werden diese ganzen Gebiete weiterquesten, Freunde. Aber wir gehen jetzt erstmal nach Arjuna. Und wenn wir da angekommen sind, dann werden wir diese Folge beenden. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter in Suramar. Habe ich eben Arjuna gesagt? Weiß ich nicht. Khadgars Zauberstab erwacht knisternd zum Leben. Wir sind in Suramar, Freunde. Und bevor wir hier irgendetwas machen, irgendetwas, werde ich mich jetzt hier gemütlich hinstellen. Und ein schönes Endbild machen. So, mit roten Bäumen im Hintergrund, damit jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, wir sind in Suramar. So, Freunde. Und genau hier geht es in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.